Er ist down. Max schießt auf ihn. Jetzt... Marek. 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 Ich schau ihm das drauf wie er verkuckt halt. Ja gut er brennt noch. Er wird repariert. Ah er wird repariert ja. Aber ich bin jetzt auch gleich da. Jetzt ist er down. Jetzt ist er weg. Scheiße. Aber falls er drüben sitzt irgendwo ein Sniper. Der hat mich nämlich getötet. Oh da kommen sie mit Magwiders raus. Soll ich DS umkommen? Kannst du machen aber wir sind gerade in der Aufnahme. Achso ok dann. Lass ich das machen. Sanitäter hier ich blick dich zurück. Na jetzt hat er mich gemessert. Wo ist der? Hä? Wer? Direkter. Ich wurde gemessert. Genau da wo ich liege. Keine Ahnung. Nicht wie hoch oder so. Warum kommen wir jetzt keine Panze? Jetzt habe ich es geschützt so schön da hergestellt. Ja. Aber Macke seist du da nicht hoch. Das ist der Spawn Room. Das ist leider auch zu spät. Das ist mit Blick. Hm. Wenn man halt mit Pfeifen spielt. Also du gewusst es ist dass der Spawn Room geht. Ich habe. Bei Futur du stehst übrigens gar direkt mir bei ihrem Spawn Room. Ja ich weiß es. Da habe ich schon geschossen. Achso du weißt das ist ja heute gescheitert. Ich habe einen Kill gemacht mit einer Granate. Super. Johnny hat das Gras gebissen. Ich habe zwei Stück weg gemacht. Der Tipp. Ich habe eiskalt. Jetzt bin ich Indy und komme nicht hier irgendwo nirgendwo hoch. Super. Das ist doch scheiße. Ich habe bei mir wohl zum Bohr. Aber jetzt sind wir bei IGNAM. Ja mein. Jetzt ist es wo wir hingehen. Na ja es ist wo es von der Böhm. Ich frage ja nur. Dann brauchen wir keine Chance im Moment. Oh. Aua. Aua. Sunny. Weißer Hockton Sunny. Mit neben mir guckt mich nur an der Idiot. Ich kann nicht holen. Wenn ich mich jetzt selber erschossen einen Drecks Typ. Wage Mode. Man da guckt er mich an. Ja du bist verletzt. Ich komme nicht zu dir. Ja geil. Bist verletzt. Muss ich dich heißen? Das ist was seltenes Futur. Was? Das war letztes Planzeit. Ja aber dann hockt nicht das Ding gegenüber und guckt mich nur an wie so ein Auto. Jetzt meine ich ja damit. Auto fahren. Auto fahren. Auto, Auto, Auto fahren. Wow. Was haben die für Waffen? Hä? Die gleichen wie jedes Mal. Jeden Tag wenn man Planet Zeit spielt. Ja aber es sind immer noch die scheiß OP Waffen. Natürlich. Sağan vai der Gearswert von der Nähe befindet sich an der cliffspersonischen Einheit. In der Nähe befindet sich an der debaktionischen Einheit. Herr Gearsanti. Es sind ja welche genervt worden im letzten Article Teslafluss. dass sie welche genervt haben ich weiß zwar nicht was und weh und warum aber irgendwas haben sie genervt spacken tötet mich nicht habe ihn jetzt wurde ich wieder weggemacht macht aufklärer es wäre nicht mit unserer brücke das ist schön ich muss zwei ohne kopf von waffen als sniper ohne kopf waffe er ist er kopflos der back ist auch wieder da ja schon länger da der war mal eine zeitlang weggemacht jeder natürlich ob sie schon die ganze zeit da walter was mich denn die ganze zeit ab ich weiß nicht direkt von mir weggepackt oder ausgelockt bestimmt also nicht getötet ich denke verlegen oder verlegt es gibt viele möglichkeiten ja jetzt kommt biolab fight und nein ich will den wegpunkt setzen in tanz ich nehme mir ein scheiß spiel ja ich war direkt hinter dir ich sehe bloß nicht wo ist die max schießt auf ihn jetzt ja er kommt her er kommt her und lauf vorbei vor er nein oh er hat mich wieder blickt geiler weiß gar auf dem bau vorst du nicht normal wo ich hier so ein sport hat als vor da ist und vor das spiel was willst du haben den transport zum pet transporter werden wir besser teleporter gehen wir dahin teleporter finde ich kann der wegpunkt ist jump hat ja ich würde sagen wir ob man nicht von biolab war ja aber das ist das jump hat game man und ich habe so hunger und fress war ja mache ich auch gleich ich kann es sind bei vielleicht kochen wir hier aufnehmen also ich bin woanders da ist gar nicht was laberst du ich müsste hier das jump hat sein da sind keine jump zum jumpen da waren sie aber vor hier waren immer die jump hat tatsächlich jams weg gemacht da schau die max wenn auch in die rennen hier alle hin weil hier die camp jetzt waren dass sie die welche wieder umgebaut das können wir sagen die ist jetzt mal wegpunkt an die mal leck wir nicht tun aber ich kann jetzt werden das für eine scheiße wir haben echt nur ich habe jetzt da nach oben jetzt ist da noch hin ja nein so sandys down ich werde dafür dass wir irgendwie im biolab angreifen ja ok jetzt tun wir schon aber die haben uns schon auf den lande plattformen das genäht zwar nicht dass wir die nebenwesen einnehmen sollten schreien sie sich schon wieder an ich kann das nette werfen halt so voll da oben ja bitte uns aber nicht mal wird die töten uns bevor wir überhaupt eine plattform sind recht und werfen eine granate ja du hast recht die töten sie schon vorher dafür dass ich die nebenwesen ich habe einfach hinter denen ich bin hinter denen und ich mache ja ein kinder handern ich habe gerade eine vierer kist muss man angucken an jedem fuß steht in sandi fast jeden fuß welche nebenwesen angreifen wir können keine anbeißen doch der bohrer können wir angreifen ja der bohrer der ist doch schön aber wir capturen gerade übrigens das biolab weil wir von der anderen seite reingekommen sind nehmt mal den sandi auf der anderen seite und das war gerade eben schön fünf kills hinter denen gemacht die ganzen medics weggeholt oben auf dem platz wie blöd kann man auch sein nur auf einer seite zu treffen schau war nicht im wahren aus solange gibt es auf der walt keine befehle gibt es in die scheiße gewollt die schütte heute so lange die keine befehle geben das aus für kiepers auf der walt können die waren uns nicht wirklich so ich habe ja meine zeit lang waren gespielt weiß man austesten wollte die wie präsent die wirklich sind die scheinen die ganze zeit über den umgebungs chat die kieber sechte heute leute also den kommentieren quasi sogar die leute rum die nicht mal zu ihrem sport gehören kommentieren einfach jeden war nur um den sie sehen ist doch gut ja ich schon ja machst du hast du wieso jedem in dem märz du kannst dann mehr als nur 48 man viel mehr geordnet als bei uns bei uns laufen so durch wie die affen ja wir uns machen es einfach was wir wollen er ist aber es funktioniert heute jetzt nicht nämlich noch mittel spacken da knoll ist 308 hat mich wieder geholt habe ich hunger es war es ja mein vater koch gerade ja auf zu jammern jetzt weißt du wie ich Hunger habe ja und jammerlappen da kann ich mich jetzt nennen jammerlappen lappen king und lappen alter jetzt sind sie hinter uns in die sk rein ja was ist es geschützt jetzt nennen ich sie bin rein ja jetzt nennen ich sie